In meiner Ausbildung zum Physiotherapeut hatten wir in unserer Klasse auch verschiedene Sportler. Kletterer, Orientierungsläufer, Handbauspieler. Ein paar davon auch mit Ambitionen und entsprechend viel Aufwand für das Training. Übertroffen wurden sie aber alle von einem Mitschüler. Der ist Triathlet gewesen, hat also Schwimmen, Velofahren und Zecke trainiert. Und er hat diesen Sport an der erweiterten Schweizer Spitze ausgeübt. Und er hat diesem Sport und seinen Zielen fast alles untergeordnet. In deutlichen Erinnerungen sind wir verschiedene Feste und gemütliche Äben. Meistens war das am Freitag und jeder und jede hat etwas mitgebracht zu diesem Fest. Im Sommer hat man grilliert, im Winter etwa Fondue oder Raclette. Und auch Bier und Wein hatte es natürlich immer genügend. Nur der Triathlet, der hat nicht mitgegessen. Er hat für sich einen Teigwaren-Salat im Töpperware mitgebracht und dazu ein Isostar oder sonst so ein Sportgetränk getrunken. Weil am Samstag war eben der Wettkampf. Später, nach der Ausbildung, hat er dann auch den Gigathlon gemacht. Dieser grosse, einwöchige Austar, Extremwettkampf durch die ganze Schweiz. Und man hat sich erzählt, er hat die ganze Woche nur Sportgetränk getrunken, Energieriegel gegessen und eine solche Zuckerschelle genommen. Dafür das aber in enorm grossen Mengen. Man hat das beeindruckt. Da hat einer ein Ziel im Kopf, er will es im Sport gewinnen und er ordnet dem alles unter. Er ist bereit, auf so viel zu verzichten, weil er etwas Bestimmtes erreichen will. Ob sich das lohnt, für einen Sieg in einem Wettkampf, das weiss ich nicht. Aber für ihn ist es auf jeden Fall der richtige Weg gewesen. Jesus hat dann seinen Jüngern ganz so etwas Ähnliches erzählt. Er hat von einem Mann geredet, der in einem Feld einen Schatz gefunden hat. Das Feld hat ihm nicht gehört, aber er wollte unbedingt diesen Schatz haben. Darum setzt er alles dran, um dieses Feld zu kaufen zu können. Er verkauft alles andere, was er hat, bis er genug Geld hat, um dieses Feld und damit diesen Schatz zu kaufen. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Himmel, mit dem Leben, mit Gott. Wer einmal gemerkt hat, was das für ein Ziel ist, was das für ein Schatz ist, der will nur noch das. Der will nur noch zu Gott gehören und ist bereit, alles zu geben und alles zu machen. Und dafür bin ich überzeugt, es lohnt sich so, alles zu geben. Weil das Leben mit Gott ist etwas Wunderbares. Weil der Himmel ist ein Ziel, wo es sich lohnt, alles dafür zu geben.